Warum steht Bowser nur rum? Merkt er nicht, dass Kamek die Macht an sich reißen will? Und Mario tappt direkt in seine Falle. Was genau passiert hier? Was machst du da, Kamek? Hat dich etwa Bowser geschickt? Na, ich werde die Macht an mich reißen. Bowser ist mir egal. Oh, da kommen immer mehr Magikupas. Oh, und Kamek ist viel zu mächtig. Ich glaube, er hat seine eigene große Armee aufgebaut. Oh, oh, ich muss von hier verschwinden. Aber schleunigst. Puh, das ging gerade noch mal gut. Und wow, ab ins kühle Nass. Aber was hat gerade Kamek noch mal gesagt? Er möchte die Macht an sich reißen? Das bedeutet doch, dass er Bowser hintergeht. Oh nein. Was ist, wenn Kamek wirklich stärker ist, als wir alle dachten? Und er das ganze Pilzkönigreich zerstören wird? Gut, ich muss schleunigst zu Prinzessin Peach. Andererseits, je mehr Zeit ich mir lasse, desto mehr Zeit hat auch Kamek, um noch stärker zu werden. Ich muss ihn aufsuchen. Okay, hier irgendwo müsste die, genau, die Höhle sein. Hier ist das Geheimversteck von Kamek. Puh, okay, dann wollen wir mal. Und diesmal mache ich keinen Rückzieher. Ich hätte ihn gleich stoppen sollen, statt abzuhauen. Aber es waren so viele Magikupas da, dass ich nicht anders konnte. So, Kamek, wo bist du? Oh, da vorne ist ein Magikuper. Kamek? Ha, er erwartet dich schon. Ich bring dich direkt dahin. Na ha, oi. Uah, der hat mich direkt hierher gezaubert. Oh, uah. Und Bukus sind auch bereits auf seiner Seite? Aber Moment mal, das sind doch die Schergen von Bowser. Oder ist das etwa ein fieser Plan? Kamek, wo bist du? Ja, Mario. Ha, ha, ha. Du hast schon gerade richtig gehört. Ich werde die Macht an dich reißen. Und Bowser wird zu meinem Untertan. Zeit, dass ich die Prinzessin entführe. Er schafft das ja sowieso nicht. Ja. Na warte, ich werde dich stoppen. Und dann wird dir das Lachen vergehen. Oh, nicht schlecht. Aber noch hast du nicht gewonnen. Ich muss wirklich gut aufpassen. Ich habe nur noch eine Lebenskraft. Und dann war es das für mich. Na komm schon. Gib mir endlich einen Koopa-Panzer. Ja, perfekt. Und Treffer. Ah, Mario, mir reicht's. Ich hole Verstärkung. Los geht's, meine Magikupas. Kamek, stehen geblieben. Vor allem ist mir aufgefallen, dass er immer größer wird. Ich frage mich, was er plant. Ah, meine Macht wird größer und größer und immer stärker. Du hast keine Chance, Mario. Das wollen wir doch mal sehen. Der nächste Treffer zieht. Oh, nein. Ich habe keine Chance gehabt. Er ist viel zu stark. Ich muss Peach sofort warnen, bevor es zu spät ist. Prinzessin Peach. Es ist etwas Schlimmes passiert. Mario, was ist los? Prinzessin Peach. Kamek versucht, Bowser zu stürzen. Er möchte die Macht an sich reißen. Was? Dann müssen wir Bowser schleunigst informieren. Bist du dir sicher? Na, aber hallo. Mach dich schnell auf den Weg zu ihm. In Ordnung. Wenn du meinst, dass das das Richtige ist, dann mache ich das. Jetzt aber schnell. Hoffentlich wird mir Bowser glauben. Gleichzeitig hoffe ich, dass du uns nicht irgendwie austrickst, um das Pilzkönigreich zu erobern. Geschweige denn, Prinzessin Peach zu entführen. Oh, da wären wir auch schon. Der schnellste Weg zu Bowser müsste da drüben sein. Einmal in diesen Vulkan hinein. Na gut, dann machen wir uns schnell auf den Weg. Mit unserem Dreckweg 0817 sollte das doch ein Kinderspiel sein. Oder etwa nicht? Naja, wir werden schon sehen. Da sind wir auch schon. Das sieht nicht einfach aus. Na gut. Warum sehe ich hier so gefährliche Stacheln? Typisch Bowser. Wenn er es uns schwer macht, dann so richtig. Und weiter geht's. Sehr gut. Einmal das Feuer gelöscht. Und direkt zur nächsten Plattform. Typisch Bowser. Es gibt überall Stacheln. Warum auch nicht? Denn so kann er sich wenigstens vor Eindringlingen schützen. Und in dem Fall bin ich wohl der Eindringling. Dabei will ich ihn doch nur warnen, bevor es zu spät ist. Denn wenn das stimmt, was Kamek sagt, dann wird er wirklich die ganze Macht an sich reißen. Und vielleicht sogar noch das Pilzkönigreich schnappen. Okay, Vorsicht. Ganz langsam mit diesem Boot. Ich darf bloß keine Feuerspitze ansteuern. Sonst wird mein Boot kentern. Und ich lande in der Lava. Und dann ist es aus für mich. Ganz ganz langsam. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Muss der Weg zur Pause so schwer sein? Hätte ich doch nur seine Nummer. Dann würde ich ihn anrufen und ihn einfach dann warnen. Aber telefonieren geht wohl nicht. Naja, was soll's. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Okay, perfekt. Und jetzt würde ich sagen, volle Kraft voraus. Wir haben es nicht mehr weit. Wir kommen, Bowser. Wer hätte gedacht, dass wir diesmal Bowser schützen möchten. Ich meine, wir hätten ihm nicht Bescheid geben sollen. Aber seien wir mal ehrlich. Kamek ist mit seiner Zauberkraft wahrscheinlich wirklich gefährlicher als Bowser selbst. Zumindest, wenn er immer größer und mächtiger wird. Na gut. Und jetzt nach oben. Zu den Wolken. Oh, nein, 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 nein. Oh, weia. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich hab's Prinzessin Peach versprochen. Und muss Bowser unbedingt Bescheid geben. Damit er auf dem aktuellen Stand ist. So, dann auf zur nächsten Wolke. Wir schaffen das schon. Und, ja, ja, ja. Ganz vorsichtig. Huh. Knappe Kiste. Das wäre fast in die Hose gegangen. Wir sind fast da. Noch ein, zwei Wolken. Perfekt. Da oben. Da oben ist die dunkle Wolke. Und dann sind wir auch schon an der obersten Stelle des Vulkans. Ja, mein Sohn. Gefällt dir das warme Bad? Aber ja doch, Papa. Super gemütlich. Bowser, ich bin hier um dich. Äh. Du badest gerade? Ja, genau. Und deswegen sollst du von hier verschwinden. Los, verzieh dich. Aber Bowser, ich muss dir was Wichtiges erzählen. Was soll so wichtig sein, dass du mich beim Baden stößt, hä? Pass auf, Ua. Nein, 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 nein. Du kannst mich doch nicht attackieren. Kamek versucht dich aufzuhalten. Er möchte die Macht an sich reißen. Ja, ja. Das glaub ich dir nicht. Er würde so etwas niemals tun. Meine Schergen stehen auf meiner Seite. Verzieh dich, Mario, habe ich gesagt. Ah, du willst wohl nicht hören. Dann muss ich dir wohl erstmal eine Lektion erteilen. Wow. Hey, mein ganzes Badewasser. Hör auf damit. Was für ein Quatsch, Mario. Kamek würde so etwas niemals tun. Zugegeben, ich habe den hier schon ein paar Tage nicht mehr gesehen, aber ich glaube nicht, dass er etwas Böses bleibt. Denn ich bin für das Böse zuständig und nicht Kamek. Ah, Fausa, jetzt hör doch mal. Ich bin wirklich nur hier, um dir Bescheid zu geben. Ich bin auf deiner Seite. Du, auf meiner Seite. Das warst du noch nie. Hau ab, Mario. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und überall diese Kugelwillis. Jetzt reicht es mir aber. Jetzt kriegst du nochmal die volle Breitseite. Und dann hoffe ich, dass du mir endlich glaubst. Mir reicht. Jetzt hau endlich ab, Mario. Okay, und jetzt... Kadabum, Bäm! Nein, bitte nicht! Was für eine Bruchlandung. Aber jetzt muss ich schnell zu Bowser. Bevor es zu spät ist. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und es wird immer gefährlicher. Bowser! Prinzessin Peach, was machst du denn hier? Das gleiche wie du. Wir müssen Bowser über Kamek informieren. Ja, das habe ich versucht, aber er wollte mir nicht glauben. Mario, weg ihn schnell auf. Wir drei müssen Kamek stoppen, bevor es zu spät ist. In Ordnung. Hey, Bowser, altes Haus. Aufwachen! Aufwachen! Wir müssen weiter. Oh Mann, du hörst wohl nicht. Setz schnell Cappy ein. Gute Idee, Peach. Okay, Cappy. Du bist dran. Okay, Mario. Komm. Okidoki. Dann wollen wir mal in den Körper von Bowser einsteigen. Das ist immer wieder eine ziemlich wilde Fahrt. Wow, 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 wow. Ai, ai, ai. Okay, Pete, mir geht es gut, keine Sorge. Dann wollen wir dreimal los und Kamek ein für allemal stoppen. In der Hoffnung, dass es Bowser dann wirklich versteht. Also gut, hoffentlich finden wir so schnell es geht die Röhre. Es ist nicht einfach. Überall gerüllt, überall gesteinigt. Na warte, mit unseren Superkrallen und den Feuerbällen sollten wir aber schnell durchkommen. Was meinst du, Prinzessin, Pete? Das denke ich auch. Und wenn wir Kamek nicht bald stoppen, wird das Pilzkönigreich? Nein, wird die ganze Welt zerstört werden. Du weißt, wie mächtig seine Magie ist. Ja, da hast du recht. Also schnell weiter. Da vorne müsste auch gleich die Röhre sein. Und mit den Feiern werden wir eine Brücke bauen. Perfekt. Und da ist sie, die grüne Röhre. Die sollte uns zum Kamek führen. Schnell. Ab geht's. Einmal da durch mit uns. Und tap. Perfekt. Stimmt das wirklich? Was? Ich denke, ich habe ein Hühnchen mit Kamek zu rupfen. Kamek, warum tust du mir das an? Na, Bowser? Mir machst du keine Angst mehr. Ich bin zu mächtig. Los, meine Goombas. Stopp den Schildkrötenkönig. Nicht mit uns. Wir halten zusammen. Danke, Mario, für deinen Einsatz. Prinzessin Peach, schmeiß mich in die Luft. Mit einer Stampfattacke werde ich meine Schergen leider besiegen müssen. Nimm das, ihr Goombas. Jungs, wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Ich werde für eine Teambarriere sorgen, um uns zu schützen. Und? Yay. Ganz viel Kraft. Ja, lächerlich. Los geht's, meine Goombas. Attackiert die Prinzessin. Hey. Was sollte das? Schnell. Ich brauche jetzt erst meine Turboladung mit unserem Spark. Damit verstärken wir den Angriff. Und dann geht's ab in die Lüfte. Nun ist Zeit für meinen Duo Blaster. Kamek, mach dich auf was gefasst. Nein. So schnell gebe ich mich auf. Ihr könnt mich nicht besiegen. Glaubst auch nur du. Hier, meine Bausuka. Nur für dich. Und dann gibt es noch mal ein Duo Blaster. Ich muss schnell weg. So leicht kommst du uns nicht davon. Mir reicht's jetzt langsam. Zeit, noch mehr Goombas in den Kampf zu schicken. Fürchtet euch vor der größten Goomba-Armee der Welt. Noch mehr. Noch mehr. Haha. Los, los, los. Nicht mit mir. Los geht's, meine Robo-Coopers. Stopp die Goombas. Haha. So läuft es hier. So nicht anders. Du hast mich unterschätzt, Kamek. Und bist mir einfach in den Rücken gefallen. Ha, die unterschätzt, meine Macht. Äh, was? Moment mal. Zeit für ein Donnerwetter. Bitteschön, Kamek. Und einen Duo Blaster. Okay, Zeit, das Spiel zu beenden. Kamek, hör zu. Ich bin sehr enttäuscht von dir und du wirst nie wieder ein Teil meiner Armee sein. Spüre die Feuerkraft meiner Robo-Coopers. Ja, los geht's. Zeigt, was ihr drauf habt. Zeigt für ein exklusives Spektakel. Schnell Mario, wirf mich hoch, denn die Stampfattacke gibt es kostenlos dazu. Wie schmeckt dir das, Kamek? Kabau! Und zu guter Letzt gibt es die Bausuka. Ein für alle Mal heißt es auf nimmerwiedersehen, Kamek. Nein, nein, nein. Oh, au. Autsch, oh. Juhu, wir haben es geschafft. Danke, Peach. Danke, Mario. Ohne euch wäre Kamek an die Macht gekommen. Aber wisst ihr was? Jetzt gehe ich erst mal weiter baden. Cool. Dürfen wir mit baden? Oh, ausnahmsweise. Kennt ihr schon die Geschichte, in der der Riesengumba das Pilzkönigreich attackiert? Tippt auf dieses Video, um euch diese Geschichte anzusehen. Bleibt katztastisch.